Heute geht es weiter mit Welche Eigenschaften hat dein Seelenbaum? Und damit grüße ich euch alle recht herzlich. Wir beginnen mit der Zeder oder auch Zirgelbaum genannt. Die Geburtsdaten sind vom 9. bis 18. Februar und 14. bis 23. August. Der Baum der Überraschung und der Zuversicht. Die Zedergeborenen werden oft unterschätzt. Ihr Baumhoroskop besagt, bei diesen Menschen verbirgt sich viel mehr, als man auf den ersten Blick feststellen kann. Es wissen viele überhaupt nicht, dass es diesen Baum gibt. Dem Zedergeborenen gelingt es immer wieder, andere zu überholen. Und das findet Überraschung und immer wieder Beeindruckung. Er ist kühl und gnadenlos, kann er sein. Rivalen duldet er überhaupt nicht, egal in welchem Bereich. Nun die Kiefer. Ihre Geburtsdatum sind vom 19. Februar bis 29. Februar und vom 24. August bis 2. September. Der Baum der Verlässlichkeit. Ist das Leben mal wieder chaotisch und turbulent, können sich die Kiefermenschen auf eines verlassen. Sie bleiben, wie sie sind. So ist das bei diesem Baum schon seit Millionen von Jahren. Ihr Baumhoroskop sagt, die diesem Baum zugeordneten Menschen sind die Verlässlichkeit selbst. Sie ist ein wählerisches Wesen und ist sich ihrer Reize bewusst. Nun die Weide. Der Baum der Heilung. Die Geburtsdatum sind vom 1. bis 10. März und 3. bis 12. September. Das Baumhoroskop besagt, ob Kopfschmerzen, Schürfwunden oder gebrochene Herzen, Alles dies heilen die im Weide geborenen Zeichen mit ihrer Heilkraft. Ob mit Fachwissen oder mit ihrer fürsorglichen Art, gelingt diese wundersame Heilung für andere. Wissenswert ist auch, dass das medizinische Präparat Esparin ihren Ursprung von der Weiderinde hat. So, meine Lieben, die nächsten drei Bäume sind Linde, Eiche und der Ölbaum. Bis dahin, herzlichst, eure Derea. Amen. Dankeschön.